Nach Abpfiff hat es mich, um ehrlich zu sein, ziemlich übermannt. Ich glaube, man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind mir tatsächlich die Tränen ein wenig gerollt und gekullert. Das war ein Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich es tatsächlich wieder zurück auf den Platz geschafft. Und dann noch in dem Stadion, wo ich ja doch recht gute Erinnerungen auch drin habe, auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert wurde von meiner Mannschaft. Und wir, glaube ich, am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind. Ja, es ist einfach schön, dass Poppy wieder da ist. Das erleben wir nicht nur heute auf dem Platz. Ich glaube, das war ein besonderer Moment auch für sie, sondern das haben wir eigentlich schon die ganze Woche erlebt, wo sie bei uns ist, dass Poppy sehr hart gearbeitet hat für diese Rückkehr. Das steht außer Frage. Und dass sie auch noch sehr hart arbeiten muss in den nächsten Wochen und Monaten, das weiß sie auch. Und das wird sie tun. Und von daher ist es schön, dass sie das heute erleben durfte. Ich habe ihr einfach nur mitgegeben, sie soll es genießen. Und ich glaube, das hat sie auch. Und hatte gleich auch eine gute Präsenz im Spiel. Ja, ich glaube, es war eine richtig, richtig coole Atmosphäre. Sowas hatten wir echt schon länger nicht mehr. Und ich persönlich habe mich darüber sehr gefreut. Ich weiß, die anderen auch. Und hatte einfach mega Lust aufs Spiel. Ich meine, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, haben die Chancen nicht so klar rausgespielt und genutzt. Aber trotzdem, glaube ich, waren überlegen. Für den Tor hat es nicht gereicht, aber das passt schon. Gewonnen. Also können wir zufrieden sein, denke ich.